Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen TechnikVT-Video. Es wird endlich Zeit für meinen Testbericht zum Vivo X51 5G. Das allererste Vivo Smartphone, was es zu uns nach Deutschland geschafft hat. Das Gerät hier habe ich jetzt schon fast drei Monate da. So lange habe ich es jetzt nicht getestet, aber mehrere Wochen. Ich habe es auf Herz und Nieren getestet. Ich habe einige Sachen damit ausprobiert, beobachtet und vor allem habe ich es auch mit vielen anderen Geräten verglichen. Denn das ist auch so das Problem von diesem Gerät. Es ist kein schlechtes Telefon, aber es ist einfach zu teuer und es gibt einfach da draußen so viele Alternativen. Aber der Reihe nach. Ich gehe mit euch jetzt gleich in die Nahaufnahme. Dann gehen wir die einzelnen Punkte durch. Das Gerät von außen, wie fühlt es sich an, wie lässt es sich bedienen? Und das ist echt, echt ein schönes Smartphone, keine Frage. Das Display, 90 Hertz OLED-Display, gutes Display. Der eine Lautsprecher, naja. Die Performance unter der Haube steckt ein Snapdragon 765G mit fetten 8 GB RAM und 256 GB Speicherplatz. Das ist auch die einzige Version, wie es dieses Gerät zu kaufen gibt. Vielleicht ist es deswegen auch so teuer. Aber Performance ist gut. Akkulaufzeit. Ich habe wieder alles Mögliche getestet, zusammengeschrieben und die Akkulaufzeit ist sehr gut. Also das ist eine schöne positive Überraschung. Und dann kommen wir zum großartigen Highlight. Die Kamera mit Gimbal-Funktion. Das einzigartige Feature, was dieses Gerät hier bieten soll. Ich sage es mal so. Ja, die Hauptkamera ist auch wirklich gut. Und der Rest an Kameras mal wieder. Ja. Und dann gehen wir so die vielen anderen Punkte durch. Denn für einen Preis von 800 Euro hat es viele Sachen nicht. Die andere aber auch vielleicht bieten. Das ist eine ganze Liste. Die gehen wir gleich durch. Und dann natürlich auch die Preisdiskussion und auch die Alternativen. So, das so zum Einstand. Und jetzt aber in die Nahaufnahme. Und da haben wir das gute Stück. 6,58 Zoll Display Diagonale. Ein gebogenes Display. Geht auch über den Rand rüber. Aber es ist ein sehr schönes Gerät. Vor allem kommt es relativ schmal daher. Auch wenn es so lange gezogen ist. Und die Verarbeitung und das Material. Das sieht gut aus. Das fühlt sich gut an. Und ihr könnt jede Farbe haben. Solange es, und das denke ich mir jetzt nicht aus, solange es Alpha Grey ist. Ihr seht es hier. Es ist matt. Es ist leicht bläulich. Es ist ein bisschen silbern. Teilweise. Je nachdem wie man es hält. Und nein. Ich habe das Gerät in den ganzen Wochen, Schrägstrich Monaten nicht einmal geputzt. Und auch wenn das hier gerade ein paar Fingerabdrücke oder viele Fingerabdrücke mit diesem krassen Licht hier gerade einfängt. Mit einem normalen Betrachter. Ich gucke da drauf. Das sieht immer noch 1A aus. Und es fühlt sich auch 1A an. Ich mag das Design. Ich mag die Farbe. Gar keine Frage. Das könnte jetzt auch, sagen wir mal hier so richtig Flagship vom Konzernkollegen Oppo X-Fine 2 Pro. Steht das X51 jetzt in nichts nach. Nach Verarbeitung sauber. Hier wackelt nichts. Hier klappert nichts. Ich habe keine Abschürfung. Auch beim USB-C Anschluss. Ich habe kein drahtloses Laden. Das heißt, der musste ein paar Mal benutzt werden. Nach wie vor top. Keine Frage. So. Also Verarbeitung passt. Bedienung. An- und Austaste komme ich ran. Sowohl mit links als auch mit rechts. Leiser so gerade. Als Rechtshemder auch. Als Linkshemder habe ich es ein bisschen schwerer. Und lauter kann ich bei beiden total knicken. Dafür sind die Tasten zu weit oben angebracht. Gummipunkte für Vivo. Ich habe einen Einhandmodus. Jedoch habe ich den am schlechtesten zu aktivierenden Einhandmodus, den es gibt. Mein Lieblingsbeispiel ist ja, ich bin bei Instagram und möchte da oben an die Storys, ohne umgreifen zu müssen. Oder halt eine zweite Hand zu benutzen. Dann gibt es die Möglichkeit, vom Rand wieder zurückzuwischen. Also ihr kommt vom Rand. So. Genau das. Und diese Geste, ich habe sie jetzt über Wochen trainiert und es funktioniert immer noch nicht verlässlich. Das ist so eine Methode. Natürlich, ich jammere jetzt auf hohem Faultier-Niveau, weil es ist besser als nichts. Und OnePlus, auch Konzernkollegen, jammt es ja immer noch nicht. Deswegen freue ich mich darüber. Und auch wenn ich da zwei, dreimal das machen muss. Aber man kann so einen Einhandmodus auch noch ein bisschen besser und verlässlicher umsetzen. Aber er ist da. Passt. So. Also deswegen Bedienung läuft. Also das ist wirklich sowas. Also Gefühl in der Hand, Material und so. Passt das alles. Das Display. 90 Hertz OLED Display. Das ist ein schönes Display. Blickwinkel sind da toll. Diese 90 Hertz. Man kann einstellen, ob 60 Hertz, ob 90 Hertz oder halt einen Wechsel. Je nachdem zum Strom sparen oder sowas. Und das ist sowas, das flutscht. Das sieht gut aus. Die Blickwinkel sind toll. Wenn ich dann hin und her wechsle oder sowas und dann gucke. Schönes Display. Es könnte draußen noch mal ein Ticken heller werden. Keine Frage, aber es ist etwas, da kann ich mit leben. Und bei normalen Lichtbedingungen macht es auch darauf Spaß, was zu gucken. Also soviel zum Display. Da gibt es nicht mehr zu sagen. Schönes Display. Vielleicht hier und da durch das Gebogene. Es ist mal wieder so eins von den Telefonen, wo ich teilweise immer mal wieder so, ich will nicht sagen Fehleingaben habe, aber wo ich immer mal wieder an die Seite komme und damit was auslöse, was dann doch nicht beabsichtigt war. Oder etwas nicht tippen kann, weil ich irgendwo einen Finger drauf habe. Das funktioniert noch nicht so ganz sauber. Ähnlich halt dem Einhandmodus, den ich hier immer mal wieder genau sowas halte. Also ich hätte mir persönlich, es ist ein schönes Display, aber ich glaube ein gerades Display wäre mir dann doch vielleicht lieber gewesen. Wir haben leider nur einen Mono-Lautsprecher und der ist, naja, spielen wir mal was ab. Hallo YouTube, willkommen zu einer neuen Folge VTS 5, ihr wisst schon, ca. 5. Volle Lautstärke. Das ist nur die geekige Zeug der letzten Woche. Woche 1. Denn die CES, die Consumer Electronics Show, eine der wendlichsten CES in Las Vegas. Das Mikrofon fängt sowas ja immer schwer ein. Deswegen beschreibe ich das mal. Es ist, naja, Lautsprecher. Der ist so, bis 60% kann man sich den geben. Dann klingt der auch okay. Wobei er halt eher auf der schwachen Seite ist. Wenn man ihn dann mehr auftritt, dann wird er laut genug für meinen Wassertest. Bedeutet, das Gerät morgens im Bad, man duscht, man hat es außerhalb der Dusche liegen, weil auch keine IP68-Zertifizierung. Und auch ansonsten nehmt ihr die Geräte bitte nicht mit unter die Dusche. Man hört trotzdem noch Radio, man kann Nachrichten hören, das haut hin. Jedoch, ab 60% kriegt ihr hier ein Rauschen zusätzlich. Die Qualität wird schlechter, es zerrt. Es ist halt kein, auch als Single-Lautsprecher, kein wirklich guter Lautsprecher. Es ist halt ein so, naja, ist halt da, aber nicht wirklich berauschend. Gerade wenn es, also doch, es rauscht, gerade wenn es lauter wird. In die andere Richtung ist er aber positiv, weil er wird auch leise und dann auch ohne Rauschen halt, ohne Nebengeräusche. Das haut hin, wer es lieber ruhiger mag, was weiß ich, nachts im Bett noch ein Hörspiel oder sowas. Kein Ding. Aber zum Entertainment stinkt er halt im Vergleich zu dem schönen Display wirklich ab. So, von dazu kommen wir vielleicht jetzt erstmal zu Performance. Denn wir haben hier ein Snapdragon 765G mit 8 GB RAM. Das ist eine schöne Kombination und ich habe hier ein Vanilla Android drauf. Ich glaube, ich hatte nur zwei Sachen von Vivo drauf. So ein iManager für System gucken und einen Link, glaube ich, hier auf vivo.com auf die Homepage. Und ansonsten habt ihr hier Vanilla Android drauf und es ist toll. Es sieht gut aus. Die Geschwindigkeit ist toll. Also dieses System hier oder so, wie es jetzt ist, auch mit den 90 Hertz, es fühlt sich rasend schnell an. Das muss ich hier, könnte man ja auch sagen, ich meine, das hatte ich ja bei anderen Geräten auch, die dann vielleicht auch Snapdragon 800er Geräte in der Reihe hatten, muss man sich nicht großartig verstecken. Natürlich bei den Benchmarks, natürlich, wenn ich krass große Apps habe, dann merkt man die Unterschiede. Aber für den normalen Alltagseinsatz ist das ein sauschnelles Telefon und wo die Performance ausreicht. Also was heißt ausreicht? Die ist wirklich gut, ne? Das ist, aber gut, für 800 Euro muss die Performance auch super sein. Und das ist sie aber auch. So, das zur Performance. Jetzt kommen wir endlich zur Kamera mit dem Gimbal. Vivo hat hier was gemacht. Nicht eine OAS in der Hauptkamera, sondern auch noch eine elektronische Stabilisation zusätzlich. Dann bewegt sich nicht die Linse, sondern auch noch der Sensor. Und damit sollen super Stabilisationsvideos möglich sein. Ja, wenn man in den super duper Stabilisationsmodus wechselt, dann ist das echt krass. Dann kann man hüpfen und es sieht noch gleichmäßig aus. Dann sinkt aber die 4K-Aufnahmequalität auf Full HD. Je nachdem, was einem wichtig ist. Aber das Ergebnis ist echt schön. Vor allem, wenn man überlegt, es ist kein Gimbal, sondern es ist nur ein Smartphone. In der normalen, sage ich jetzt mal, normalen Gimbal-Stabilisation, wo man auch 4K machen kann, ist es ein gutes Ergebnis. Für, ich sage mal, geradeaus gehen. Für vertikale Stabilisation. Horizontal ist es oft nicht so ein tolles Ergebnis, weil es oft nachzieht von der Stabilisation. Normalerweise wäre das jetzt hier was, was weiß ich, für die Mountainbiker, für die Snowboarder oder irgend sowas. Also für alle, die sonst GoPro oder sowas aus mal probieren, bin ich jetzt nicht so der Typ für. Das wäre sowas, wo man sich, wenn es dann wichtig sein soll oder wenn das einem wichtig ist. Wie sieht das jetzt aber aus für den normalen Alltagsnutzer? Der kriegt hier eine gute Videokamera, eine gute Videoqualität und auch eine gute Audioaufnahme mit der Hauptkamera. Gar keine Frage. Das ist sowas, ja, passt oder ist halt wirklich gutes Ergebnis. Bei den Fotos genauso. Hauptkamera, auch bei wenig Beleuchtung, da spielt die ihre Stärken. Also das Spiel ist eine vernünftige Kamera, eine vernünftige Hauptkamera. Ich habe hier diverse Zoomstufen, aber das Kernprodukt stimmt. Man merkt aber den krassen Vergleich bei den Zoomaufnahmen, bei den Weitwinkelsachen. Die halten halt qualitativ nicht mit. Das sind wieder schöne Beigaben, von denen sollte man sich aber nicht zu viel erwarten. Und wenn man die Möglichkeit hat, immer schön alles mit der Hauptkamera fotografieren. Dann ist es aber auch eine wirklich gute Kamera. Also das ist das, wo das Ding jetzt hier wirklich punktet. Wo Sie sich dann auch selber immer, glaube ich, sehen als Lifestyle-Kamera-Gerät. Ja, das kann die Hauptkamera bieten. So, ach ja, dann vielleicht noch, wo ich es jetzt gerade deaktiviert hatte. Sonstige Sachen. Ich habe einen In-Display-Fingerabdrucksensor, der sehr schön funktioniert. Ist ein Optischer, seht ihr an dem Leuchten. Aber ich habe auch, nein, das wollte ich jetzt nicht, kommt jetzt, ignoriert diese Anordnung da jetzt. Ich habe aber auch eine schöne Gesichtserkennung, die, ich gehe mal um die Ecke, echt schnell funktioniert. Ich habe es nämlich so eingestellt, direktes Entsperren, wenn da mein Gesicht endet und das ist, zack, ist das da. Also Gesichtsentsperrung ist richtig schön. Und dann, wenn es mal zu dunkel oder zu hell ist für die vernünftige Gesichtsentsperrung, dann habe ich nach wie vor diesen Fingerabdrucksensor. So, und das ist sowas, passt. Ich habe hier zusätzlich, genau, das Gerät wurde ausgeliefert mit Android 10, hat dann relativ zügig das Update auf Android 11 bekommen, hat dann Always-On-Display spendiert bekommen. Andere Sachen, aber da ist nichts wirklich aufgefallen. Mein Problem mit der Software ist halt, auch wenn Vivo sagt, sie machen Updates, Software- und Sicherheitsupdates. Sicherheitsupdates, naja, jetzt haben wir Mitte Januar und das Ding hat immer noch den Sicherheitspatch von November drauf. Ist vielleicht nicht so der gute Einstieg, wenn ich dann sozusagen als neue Marke mit meinem Flagship komme und dann kommen sie da so Update-mäßig nicht so mit den Sicherheitsupdates aus dem Quark. Was sie aber schön schnell gemacht haben, waren die, naja, das Update mit Android 10 auf 11. Ich glaube, da waren sie sogar mit einer der ersten. Aber das ist so ein leichtes Fragezeichen, was die Zukunft bringt. Was kein Fragezeichen ist, ich habe es heute mit den Überleitungen, die Akkulaufzeit. Akkulaufzeit ist das Ding richtig gut gewesen. Hatte ich nicht mit erwartet, aber das ist mal ein richtig schöner Akkulangläufer. Und zwar eine Stunde Netflix, Autohelligkeit, 6 bis 7 Prozent, je nachdem, was das OLED-Display anzeigt. Mehr helles Zeug, dann braucht das mehr Strom, dann sind es mehr 7, mehr dunkles Zeug, dann sind es 6 Prozent. Das Ganze dann bei 100 Prozent Displayhelligkeit, ist nur, wie wir es so oft kennen von OLED, ein Prozentpunkt mehr Verbrauch. Stunde normale Nutzung, 10 bis 12 Prozent. Hängt ein bisschen damit zusammen. Ich habe es immer mit den 90 Hertz genutzt. Wie viel 5G, wie sehr ich damit unterwegs bin? Denn es ist ein 5G-Gerät. Es ist ein Dual-SIM-fähiges Gerät, aber, kennen wir ja das von anderen Geräten auch, es kann nicht Dual-SIM-5G. Wenn ich 5G will, nur eine SIM-Karte. Und ich habe hier auch, ich habe derzeit viele SIM-Karten zum Testen, um halt 5G vernünftig testen zu können, habe ich hier auch gemacht. Da merkt man einfach, der Verbrauch steigt ein bisschen. 5G-Frequenzen, viele mit gut dabei. Muss man sich nicht allzu sehr Gedanken machen. Also ist es sowas? Ja, schöne Nummer. Aber ich sage es ja auch so, wie bei allen anderen Geräten. 5G ist, so wie es in Deutschland gerade aktuell ausgebaut wird, muss man noch nicht wirklich haben, weil da überall LTE vernünftig ausgebaut wird. Eine Stunde E-Books, Comics, 7 Prozentpunkte. So, Akku ist 4.315 mAh groß. Aufladen, jetzt wird es interessant. Von 10 auf 100 Prozent. Dauert mit dem beiliegenden 33 Watt-Netzteil Pi mal Daumen eine Stunde. Nehme ich andere Netzteile, dann bin ich Pi mal Daumen bei 2 Stunden. Also, aber vernünftige Zeiten und vor allem das Ding auch mal eine Viertelstunde oder von mir aus eine halbe Stunde tagsüber an den Strom und zack, aber ganz ehrlich, braucht man nicht wirklich, denn ich kriege das Gerät so über den Tag eigentlich nicht leer. Da muss ich mir schon wirklich viel Mühe geben. Viele 5G-Tests machen, viel Hotspot, Display permanent auf 100 Prozent und solche Sachen. Also, und dann wirklich den ganzen Tag damit eigentlich rumdaddeln oder was, sehr arg, ich muss es sehr intensiv nutzen. Als Normalnutzer kann ich mir eigentlich, brauche ich mir auch zwei Tage lang, also sagen wir mal so von Montag morgens bis Dienstag abends, wenn ich es normal nutze, eigentlich auch nicht wirklich Gedanken machen. Also Akkulaufzeit, große Gummipunkte. Jedoch, sage ich auch, für einen Preis von 800 Euro, hätte ich mir Wireless Charging gewünscht. So, ich hätte mir noch viele andere Sachen für 800 Euro gewünscht. Jedoch machen wir noch andere Sachen zuerst. Telefonieren, wo wir jetzt die 5G-Nummer hatten, kann man damit auch. Telefonqualität vernünftig, mein Gegenüber hört mich, also kein Unterschied. Auch der WLAN-Empfang. Ich habe hier leider nur WLAN 5, kein WLAN 6, aber das WLAN war auch vernünftig. Bluetooth und GPS, genau das Gleiche. In grün sage ich jetzt einfach mal. Standard, da ist jetzt kein Unterschied zu einem iPhone oder einem 400 Euro OnePlus Nord oder irgend so was. Oder einem Google 340 Euro Pixel 4a oder irgend so was. Nein, Empfang, WLAN, Bluetooth, Telefonieren, Standard. So, und damit bin ich jetzt eigentlich die wichtigsten Punkte durch. Mehr Sachen gibt es eigentlich nicht zu berichten. Es sind so Sachen, was hat es jetzt nicht? Das ist nämlich jetzt leider einiges. Wir haben nur USB 2.0 als Übertragungsstandard. Und das bei einem Gerät mit fetten 256 GB Speicherplatz. Das bedeutet, wenn ich da dann Zeug runterhole, weil ich so viel, ich habe halt keine Speicherkartenerweiterung. Das ist wieder so die Sache. Viele brauchen Speichererweiterungen oder SD-Karten oder Speicherkarten nicht. Es gibt aber viele, die packen darauf ihre Urlaubsbilder oder andere Dateien, Filme, Musik, was auch immer und tauschen die mal eben schnell aus. Und gerade wenn ich USB 2.0 habe, dann ist so, das mal eben mit Karte zu machen, kann eine echt gute Alternative sein. Alternativ aber, wenn ich dann nur einen fetten Speicher habe und das Ding hat einen fetten Speicher, das dann über USB 2.0 zu betreiben. Ich meine, das Ding ist Ende 2020 rausgekommen, dass da USB 2.0 überhaupt noch verbaut wird. Das wollte ich nur sagen. Sowas dauert dann. Also, so, das dazu. G-Laden fehlt, habe ich ja schon erwähnt. IP-Zertifizierung. Hat es jedoch nur 5.3. Nein, das ist auch das wieder, wo ich mir denke, für einen Preis von 800 Euro hätte ich schon gerne IP68. Dann das nächste. 800 Euro. Hätte ich gerne Stereo-Sound beziehungsweise einen besser klingenden Mono-Lautsprecher. Hm. So, Mikro hatten wir ja schon. So, das waren noch so ein paar Punkte an Sachen, die mir halt für den Preis fehlen. Jetzt sagen viele natürlich, will ich gar nicht, brauche ich alles gar nicht. Fairer Punkt. Muss man ja auch nicht alles haben. Ich sage ja auch immer selber, ihr sucht euch die Punkte aus, was ein Smartphone können soll, die euch am wichtigsten sind. Und daran orientiert ihr euch. So, jetzt sind wir halt am Ende. Und jetzt haben wir halt ein gut verarbeitetes Gerät, ein schnelles Gerät, ein Gerät mit einer vernünftigen Hauptkamera, mit einer vernünftigen Akkulaufzeit. Was ein paar Sachen nicht hat, wo ein paar Fragezeichen sind, gerade softwareseitig. So, und jetzt könnte man ja sagen, ja, aber du sagst doch, es ist doch ein vernünftiges Telefon. Und warum sollte ich denn da jetzt vielleicht nicht direkt zugreifen und es kaufen? Weil es 800 Euro kostet. Weil jetzt gucken wir uns die Konkurrenz an. Dann haben wir so Sachen, ich weiß, BBK, riesiger Konzern. All die Eigenmarken ja drunter. Und wie auch immer die Anteilseigner da sind. Und wie auch immer die Verteilung ist. Die kennen sich ja angeblich alle nicht. Nutzen aber trotzdem die gleichen Entwicklungsressourcen, die gleichen Einkaufskonditionen, die gleichen Produktionen. So, und dann steht man da und guckt sich rum. Oppo hat mit seiner Reno4-Reihe genau das Gleiche gemacht, was den Preis angeht. Aber dann gucke ich mir ein OnePlus 8T an. Könnte man wieder sagen, gleicher Konzernverbund. Und dann kriege ich das 8T schon für 600 Euro. Jetzt sagt aber einer da draußen, ja, aber Moment, dann habe ich hier nur eine 128 GB Version und nicht 256. Sehr schön. Könnte ja Vivo auch einfach eine 128 GB Version rausbringen. Vielleicht dann auch mit bescheidenen 6 GB RAM und nicht 8 GB RAM. Für ein 100er weniger, um die Kosten zu sparen. Machen sie aber nicht. Also selber Pech gehabt. Jetzt könnte ich hier aber auch bei denen noch ein 100er drauflegen. Dann habe ich hier auch eine 256 GB Speicheroption und sogar 12 GB RAM und nicht nur bescheidenen 8 GB RAM. Und wäre immer noch ein 100er günstiger als das hier. Und dann habe ich hier nicht Snapdragon 765, sondern ich bin beim High-End Snapdragon. Dann habe ich hier nicht 90 Hertz Display, sondern dann bin ich bei 120 Hertz Display. Dann habe ich nicht 33 Watt Laden, sondern habe ich 65 Watt Warp Charge. Ich glaube, es wird klar, worauf ich hinaus möchte. Und das habe ich halt auch schon die anderen Features bei dem 600 Euro Gerät. Und deswegen, Gimbal hin oder her. Und ja, die Kamera ist ein bisschen besser als ein OnePlus Nord. Kostet 400 Euro. Hat auch 90 Hertz. Hat auch ein Snapdragon 765. 60G ist auch von der Performance schön. Und jetzt fange ich ja noch nicht mal an mit, was weiß ich. Lasst mal in die Schublade gucken. Mit der kompletten Google Pixel Reihe, die wir dieses Jahr haben. 4A, 4A, 5G, Pixel 5. Alle günstiger. Alle auch, was die Kamera angeht. Vielleicht nicht so, also gibt es gar keine Frage. Videos kann das besser. Aber bei den Hauptkameras können die Pixel auch erstaunliche Sachen abliefern. Und ich mache jetzt keinen Vergleich zum iPhone. Und dass man da ja preislich schon fast in dieser Region ist. Aber das ist das, was ich hier gerne sagen möchte. Es ist kein schlechtes, es ist ein gutes Telefon. Gar keine Frage. Aber nicht für einen Preis von 800 Euro. Jetzt könnte man sich noch überlegen, woran liegt das? Warum ist der noch nicht runtergegangen? Vivo hat natürlich hier ein Statement setzen wollen. Ähnlich wie Oppo damals. Die sind dann mit einem 1200 Euro Flagship am Markt gestartet. Vivo macht jetzt hier eher Mittelklasse oder obere Mittelklasse. Sie nennen das Ganze Premium Mittelklasse. Premium Preis vor allem. Und seitdem ist halt der Preis nicht gesunken. Normalerweise könnte man jetzt ja sagen, ja gut, dann macht man das. Und jetzt kosten die Dinger inzwischen 600 Euro, vielleicht 500 Euro. Wenn man sich den asiatischen Kollegen hiervon anguckt, das ist das Vivo X50. Unterscheidet sich so ein bisschen, ist dann aber zu Preisen von 500 Euro erhältlich. Je nachdem, Import und was noch immer. Aber es gibt es halt nicht offiziell. Aber wenn man es mal vergleicht und auch die Preise sich anguckt, dann müsste dieser Preis deutlich niedriger sein. Jetzt liegt es aber auch daran, Vivo ist bei uns in Deutschland nach wie vor mit dem Gerät nur bei Sparhandy, beziehungsweise Powwow, wie dieser Konzern ja inzwischen heißt, und bei der MSH, Mediamarkt Saturn, gelistet. Das sind die einzigen, die die Dinger verkaufen. Und dann verkaufen die die relativ, also so im typischen Vertrag, direkt bei den ganzen Carriern, wo da von Telekom O2, Mobicom, Debitel und was es da draußen nicht alles gibt, gibt es die Dinger nicht. Das Ding ist nicht bei Amazon gelistet. Es ist also sehr wenig Konkurrenz am Markt zwischen den Händlern für gute Preise für dieses Gerät. Und das merkt man. Das ist jetzt einfach nach zweieinhalb Monaten immer noch nur, also immer noch, nur bei denen erhältlich ist und immer noch 800 Euro kostet. Und da muss man sagen, das tut dem Gerät. Und vor allem, ich möchte mal wissen, wie viele Dinger die die davon verkauft haben. Das ist eine sehr seltsame Strategie, so in den Markt zu starten und so seinen Namen rauszukriegen. Man merkt es, wenn man den, gerade in sozialen Netzwerken, die Telefone kommen wenig vor. Die versuchen, ihre Marke über ein Gefühl zu vermitteln, über ein Lebensgefühl. Ja, kann man machen, aber da muss man auch sagen, guck mal hier, andere Hersteller haben auch gute, sehr gute, günstigere Telefone. So, ich hoffe, ich freue mich, dass Vivo am Markt ist. Ich verstehe die Strategie aktuell null. Und ich bin aber, blicken wir optimistisch in die Zukunft. Es kann vieles nur besser werden. So, das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.